Grüß Gott, das Kaufverhalten 2017 Video ist doch sehr angefragt worden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache es doch. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber es war doch groß angefragt. Das einzige peinliche, was für mich jetzt ist, ich habe das Ganze von April bis Dezember nachgerechnet. Hier könnt ihr es sehen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gespampt. So, ich habe das komplett nachgerechnet. Rausgekommen ist, was ich von April bis Dezember ausgegeben habe, halt, sitzen sie alle gut. Also ich auf jeden Fall. Mich hat es voller vom Hocker kam, wie ich das ausgerechnet habe. Also, ich habe insgesamt von April bis Dezember 2017 1430,77 Euro ausgeben. Alter. Das wird auf jeden Fall weniger werden. Es muss weniger werden, weil das ist echt abnormal. Da habe ich auch groß drunter geschrieben, mein Ziel ist es für 2018 weniger ausgeben. Und ich habe auch überlegt, mir eine 100 Euro Grenze zu nehmen. Weil die 50 Euro Grenze, die ist bescheuert. Also nehme ich eine 100 Euro Grenze. Weil ich habe immer 50 Euro, habe ich immer als Guthaben gehabt, sage ich mal, was ich ausgeben darf. Aber mit dem komme ich nicht aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache 100 Euro. Und vielleicht komme ich da mehr in die Grenze rein. Dass ich zum Beispiel einmal nur, wenn ich will, unbedingt zum Tikimax gehe und das lasse. Und das auch dann nichts mehr kaufe. Ich meine, wenn ihr das sehen könnt, ich habe es eh unterstrichen. Im April war ich gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt noch die 50 Euro Grenze mitrechnet. Im Juni, Juli war es auch gut. Und im November war es auch relativ gut. In den anderen Monaten habe ich so abgekackt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das so, dass ich mir ein Ziel setze, 100 Euro Grenze diesmal. Und die darf ich nicht überschreiten. Jena sieht eigentlich gut aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Also Jena sieht eigentlich noch nicht so schlecht aus. Würde ich jetzt mal sagen. Also ihr könnt es mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Jetzt, ich war wirklich schockiert, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, weil ich will heuer eigentlich meinen Führerschein endlich anfangen. Und hätte ich jetzt schon langsam können, wenn ich nicht so viel gekauft hätte. Aber egal. Das ist ja auch ein... Also ich hasse meine riesen Schlappen. Seht ihr euch das an? Die gehen jetzt vom Hals. Ähm, so. Äh, ja. Ähm, ich bereue es natürlich nicht. Ich habe mich sehr, sehr zusammengerissen im Gegensatz zu den letzten paar Jahren. Oder wer mich von Anfang an schaut, weiß, dass ich früher viel, 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 viel schlimmer war als jetzt. Wirklich viel schlimmer als jetzt. Und deswegen... Es ist noch viel, aber es geht. Ich will auf jeden Fall unter 1000 kommen. Unter 1000 will ich nächstes Jahr kommen. Und das Negative ist aber, ich mache es ja diesmal von... Ich habe es jetzt nur von April bis... Bis Dezember ausgerechnet, weil ich das Heft von... Ja, nein, nicht mehr finde. Ich glaube, das steht da nicht mehr drinnen, oder? Wenn doch, drehe ich mir den Arsch. Okay, es steht doch drin. Ich habe nur nicht gescheit nachgeschaut. Mein Handy spinnt irgendwie. Ich versuche das nochmal neu auszurechnen und muss euch in die Infoburg schreiben. Ich habe vollkommen vergessen, dass in dem alten Heft noch die anderen Monate drin sind. Ich dumpf packe. Ja. Deswegen, es wird auf jeden Fall fast sogar 2000 sein. Könnte sich gut ausgehen. Schande über mein Haupt, aber was soll's. Äh, ja. Ich will auf jeden Fall runterkommen von dem... Ich hasse meine Schuhe. Ich würde sagen Füße, aber meine Füße können nichts dafür. Ich will auf jeden Fall unter die 1000 kommen. Auf jeden Fall. Ich weiß, es ist ein bisschen ein schockierendes Video, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber, ja. Die restlichen Monate war Tiki Max sehr oft schuld. Und ich will das ein bisschen eingrenzen. Zum Beispiel einmal im Monat dort hineinkaufen, einmal im Monat dort hineinkaufen. Versteht ihr, wie ich meine? Dass ich das so richtig grenzenhaft halten kann. Zum Beispiel, Januar war ich jetzt, glaube ich, auch im Tiki Max. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, ich war diesen Monat noch nicht. Oh ja, doch. Doch, 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 doch. Ich war... Ich muss nur die Rechnung suchen. Ich war am... An Jan seinen Geburtstag war ich beim Tiki Max und da habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Da muss ich unbedingt die Rechnung raussuchen. Ähm, ja. Ja. Aber sonst habe ich dann nur was von Müller gekauft. Das, was ich euch bald zeigen werde. Da will ich noch all machen. Ähm, also schaut Jena doch noch nicht so gut aus. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich im Februar nicht zum Tiki Max gehe. Wird sehr schwer für mich sein, aber was soll's. Ähm, weil ich unbedingt mal wieder zu DM will und mal gucken, wie was dort so Neues gibt. Aber mal gucken. Ich will mich ein bisschen zusammenreißen mit dem Kaufen und nicht übertreiben. Duschgel-mäßig bin ich eigentlich braver und außer die, die was halt auflassen werden, die Duschgels. Aber sonst Haarsachen auch. Die kaufe ich mir trotzdem immer weiter nach. Weil ich glaube, in dem Kaufverhalten, was ich euch mal gemacht habe, habe ich ja auch ausgemacht, dass wenn die Sachen rausgehen, dass ich sie mir trotzdem kaufe. Auch wenn das irgendwie idiotisch klingt. Aber wenn ich die Sache unbedingt haben will und sie gehen raus, kaufe ich sie mir natürlich schon. Klingt irgendwie unlogisch, aber ich will das ja doch einmal haben. Und ja, ging letztes Jahr nicht so gut aus, weil wie ihr das mitbekommen habt, es ging immer die Sachen raus, die ich haben wollte. Mal gucken, wie es jetzt ist. Aber ja, ich meine, Shoppen ist auch irgendwie eins meiner Hobbys. Deswegen ist klar, dass sich so viel Kohle dafür ausgeht. Aber ja, im Jahr 2018 nehme ich mir als Vorsatz für mein Kaufverhalten vor, ein bisschen weniger aufs Gas zu treten, was Kaufen betrifft. Und ich hoffe, dass ich das durchhalte. Und ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr auch so viel ausgeben habt. Mir ist dieses Video jetzt irgendwie voll peinlich, aber muss es mir gar nicht, weil es ist mein Geld und ich darf damit machen, was ich will. Aber es ist trotzdem ein bisschen unangenehm. Ja, ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Sache findet. Ich bin sehr schockiert, aber who cares. Und ja, wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye. Ich verstecke mich. Ich bin sehr schockiert. Ich bin sehr schockiert. Ich bin sehr schockiert. Ich bin sehr schockiert. Ich bin sehr schockiert.